damit herzlich willkommen zum vierten das ist glaube ich der vierte aufnahmestream aufnahmestream stimmt gar nicht aufnahmesession von disney dreamlight valley mit meiner co-moderatorin und super vorleserin für alle charaktere in diesem spiel mit unserer tipptopp der manu ja gestern war die letzte aufnahmesession tatsächlich wir nehmen jetzt ein bisschen im voraus auf sollten wir nicht instant auf eure kommentare reagieren liegt es nur daran aber das wetter ist ja wohl mal richtig kacke oder ja nun ja ist eigentlich haben wir da auch herbst oder winter jahreszeiten das wollte ich die schätze schon fragen haben wir welche ich meine wir haben echt zeit haben wir denn auch jahreszeiten ich habe ich auch eine ahnung ja wir werden glaube ich jetzt noch mal durch die lande gehen müssen ein bisschen was einsammeln wie sieht man inventar aus lehrt das ist sehr gut das macht eigentlich der garten von wolle ist ja jetzt schon gehen wir auch gleich gucken gehen wir gleich können wir dich annähern so das kriegt da ist das andere dann ist genau wenn man auf die art und weiße traumscherben bekommt das graue kriegt auch ein apfel also wir müssen jetzt quasi das machen was wir jeden tag machen aber oregano bekommen sie müssen einmal quasi durch die lande ziehen ja und einmal alles absammeln holz werde ich jetzt nicht mitnehmen wenn man sich unbedingt brauchen wenn wir es brauchen können wir es immer noch sammeln das ist jetzt nicht das problem noch mal die kisten abchecken ja auch bei uns zu hause hätte ich noch mal gucken müssen ob da was ist es ist ja schrecklich dieses wetter her naja es wird ja auch warum warum ich bin um jahre war sie immer einmal alles absammeln wenn wir am tag da rein gehen unbedingt damit wir da werde jetzt auch obst alles mitnehmen damit ihr bis kochen können und so auf jeden fall ja weil wir müssen mal gucken wir müssen mal gucken was das war war ja ein gericht das hatte wirklich so da konnte man gut das konnte man gut verkaufen man muss mal gucken was das war weil wir brauchen ja wirklich viel schocker also das ist tatsächlich noch eigentlich müssten wir die auch jeden tag an ansprechen ja 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 das ist hier los das ist alles aber nicht der aquamarine den wir brauchen aber ist egal wir nehmen alle mit der aquamarine der ist unten am strand da war ja unten da muss man vielleicht dann gleich auch mal gucken weil dann könnte man da und das diese blume werde ich jetzt hier mal nehmen ja man kann die blumen ja auch hinsetzen und stand fotos zu machen wenn man das brauchen ja im prinzip in pilze die können wir erst später weg machen daher wenn wir diese gießkannen links muss haben da ist der garten ist ja noch gar nicht schüttig doch ein guck mal bei uns aber ich glaube schon mal mitnehmen oder ja das kann man ernten alles und wir werden auch voll die mal helfen ich frage ist und er sieht er das neue dann müssen wir das tun warum macht sie das nicht das ist das weizen ja und er wird das neu setzen ja ja ich denke mal dass wir das vergrößern werden müssen ist doch mal was da steht kann und dann kann man nein 2000 was denkst du möchtest also mehr in den garten von wollen investieren das würde dir mehr gartenplätze geben und ich weniger steuern kosten jetzt hat er weniger steuern was meinte 2000 erste stupe sage ich tausend aber vielleicht eine normale wir brauchen die tausend jetzt siehst du also wir brauchen geld ohne ende das ist leider und umgänglich müssen wir echt nachher mal nachgucken müssen kartoffeln da was glaube ich aber kartoffeln haben wir noch gar nicht so jetzt gehen wir mal hier und dann aber wir haben keine muschel das erste muschel sammeln bevor wir welche und in dem aquamarine brauchen wir gucken mal da nicht so eine naja wir brauchen die schildes für die schild die brauchen wir die muscheln blau werden ist der aqua 9 oder nein komm mal hier angst haben komm raus ist die nie die ich jetzt aber mal die zittert angst ja ich will ja eine muschel geben aber so ein bisschen weg mein gott ist sie süß und nun kursos mit kokos ist ja auch gestern auch ich weiß auch noch ein lauf 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 ob schon kommt schon ob wir da hinten ich kann mich durch das ist aber schwer ja weil die ja auch nicht wirklich schnell läuft also man kann nicht sagen dass sie irgendwie schnellste einer ist ja es ist noch wo der akvary mann war ich weiß dass man auch nicht mehr unter anderem sollte man ist an der mann das hallo mora und dann noch blau bären gerade links mich gleich mal ja gut gesehen wir hatten bis jetzt ist eine schilder aber ich brauche noch eine muschel wenn wir jetzt ja drüben auf der anderen seite ist bestimmt auch mal in muschel so hier haben wir jetzt auf dieser seite haben wir angehen und sich die ganze zeit an zählen wo was man klätschert ist das auf das bestimmt in dem haus von der von der ursula nur die schule so trauen man das macht nur nächste ich habe hier davon geträumt er hat an das der das nicht bekommen habe ich noch gar keine gesehen was hast du noch nicht gesehen rasen die haben bisher zwei eichhörnchen und eine schildi ja aber die kommen auch noch da hinten sitzt einer oder so kriegen auch das geld ein stück für stück zusammen wo ist dahinten warte mal drehe ich noch mal hier mal hinterher rennen echt jetzt hause oh gott wo bist du hin doch da so diesmal machen wir es aber richtig karotte immer gleich wir platz machen hier das sind die aufdrucke habe ich noch mal gelesen für die t shirts glaube ich ja auch ein hase oder gleich so haben wir hier alles geguckt will ich auch noch mal mitnehmen ich weiß wie viele wir davon noch jemals finden ist noch ja auch nicht wir geben auf den anderen strand auf die andere seite meinst du ja genau hier sind steine alle sauber na ja ich schlafe mal noch hier oder was haben wir schon irgendeinen gesehen nee nee aber ist es denn das kann ja nicht sein ist nach schlafen oder hallo hase natürlich muss ich dir hinterher laufen war ja klar und noch einmal hier hast du karotte es fehlt nur noch eine schildi wir wollen keinen aufdruck so nein wirklich darum dass wir erst eine muschel und dann die schildkröte finden was ich da habe oder sehr bei deutsch sehr gut guter tag und hinter den so wirklich knochen es nicht auch schon sich und raus da Du kriegst ne blaue, ne du kriegst auch ne rote, dann kriegen wir wenigst ne Kokosnuss. Meinst du, das hängt von den Muscheln ab? Ich glaub schon. Siehste, bei der blauen haben wir nicht ne Kokosnuss gekriegt. Das muss man sich merken, das ist natürlich nicht schlecht. Du musst quasi jetzt, ach nicht die Angel, du musst jetzt quasi immer einmal einen Rundgang machen, bevor du da quasi... Also wir hatten zwei Schildes, zwei Hasen, zwei Dingelskirchen, ne? So war ich schon. Ja. Die musst du praktisch jeden Tag die Runde machen, irgendwie, ne? Die möchte ich schon, ja. Mhm. Oh, Banane. Oh, nein. Den Brunnen müssen wir auch freikriegen. Können wir noch ne blaue Muschi? Äh, äh. Also die Steine haben hier alle nix, ne? Irgendwie. Ja, guck mal da. Ja, guck mal da. Ja, die Kokosnüsse. Ich wette mit ihr, da werden wir sehr, sehr gut mit kochen können. Aber richtig. Kokosnuss, Hühnchen oder sowas. Ja, Hühnchen? Ich weiß noch nicht, wie du da hinkommst. Bist du da? Ach, ja. Da kommst du nicht hin, ne? Hey. Ich wette mit dir, du kannst die Dinger irgendwann kaputt machen. Wie wir mit den Pilzen, ne? Ja, 100 pro. Ja, genau. Wie mit den Pilzen. Wo war denn dieser verdammte Aquamarine? Den hast du nicht gefunden, oder? Nee, es sind keine Steine mit Ärzten. Ja, dann müssen wir später gucken. Na gut, den haben wir gestern zuletzt geschlagen, ne? Da hinten ist er. Geh in die Ecke. Geh in die Ecke. Hoffentlich ist er nicht glänzend. Hoffentlich ist das nur ein normaler. Ja, das hoffen wir jetzt mal. Weil dann können wir das auch machen. Aber das ist nur die erste Stufe. Oh, da waren mehrere Portale. Das macht ja nichts. Ja. Glaube. Ja, ich weiß, Gegenstand. Ha, 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 ha. Sehr gut. Gut, dann können wir ja da reingehen, ne? Ja. Wie steht das? Dann warten wir mal ab, was jetzt auf uns zukommt. Dann wird zwar die Hacke voll. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Jetzt ist er aufgegangen. Oh, das Tor ist aufgegangen. Kannst du weiter runter gehen? Hier ist ne Kugel. Die ist gestern, glaube ich, noch mal wiederum gestern. Oh Gott. Wieder. Na ja, aber was? Wesen. Finde die richtigen Pflanzen, um sie anzubauen. Dann brauche ich dir nicht fortzukauen. Eine ist unterirdisch im Grund, die andere gold und braun. Im Hintergrund. Was übrig bleibt sind rot und rund. Also rot und rund, würde ich sagen, ist ein Apfel. Warte mal, ich guck einfach mal ins Inventar, was hier Questgegenstand ist. Gar kein nichts. Also. Samen. Samen hinzufügen? Ach, die muss Samen hinzufügen. Ach, du musst sie einpflanzen. Warte, lies noch mal. Lies bitte noch mal. Finde die richtigen Pflanzen, um sie anzubauen. Dann brauche ich dir nichts vorzukauen. Eine ist unterirdisch im Grund. Unterirdisch im Grund. Da gibt es eine Ernährung. Da gibt es Kartoffeln, da gibt es Karotte. Die andere ist gold und braun im Hintergrund. Gold und braun. Gold und braun. Weiß. Weiß. Braun? Ach so, gold und braun. Oder das Weißen. Und der ist bestimmt Karotte. Tomate. Tomate. Und rund. Bestimmt Karotte. Karotte, Tomate. Und Weißen. Weißen. Weißen oder Mais. Wir holen alles an Saatgut. Ja, genau. Nehmen wir alles mit. Ja, cool. Holzen. Ist doch cool, oder? Ja. Ich weiß noch nicht, was ich noch an Saatgut zu Hause habe. Ja, sonst ist ja nicht schlimm. Also wenn irgendwas fehlt, können wir das ja kaufen. Und keine Tomate, was weiß ich und sowas. Ja, so bin ich halt schneller, ne? Ja, viel schneller, na klar. Ich hatte sowieso keine Energie mehr, habe ich gerade gesehen. Also tu mir doch mal einfach, wenn wir schon mal gerade zu Hause sind. Geh mal an den Herd, bitte. Ich will nur mal was gucken. Was standen da die Preise dabei? Bei den Rezepten, meinst du? Ich habe doch irgendwo gesehen gehabt. Erst wenn du die gekocht hattest. Was ist das? Erst wenn du die gekocht hattest. Warte. Kartoffeln, mach mal. Das, das war so. Habe ich ja nicht, aber ich habe keine Milch. Nee, Kartoffeln haben wir auch nicht. Aber ich kann ja mal ne Gemüsesuppe machen. Ja, mach mal ne Gemüsesuppe. Zwar mit Karotte. Ja. Gib mir nochmal Karotte und... Und zum Prinzip auch zwei Karotten nehmen. Mach ne Karotte. Denke ich, hoffe ich. Machen wir mal so. Ist egal, das ist ne Gemüsesuppe. So. Okay. Wenn ich jetzt rausgehe. Ja. Wenn ich so weiter gehe, dann sehe ich hier die Karotte. Da kriegen wir 114 Püer. Steht ganz unten. Da unten, ja okay. Und hast du, hast du im Inventar, also noch in irgendeiner Truhe noch so einen Fisch? Gegrillten Fisch? Was könnte man so dafür? Was könnte man so dafür? Und dann könnte man ja irgendwann mal, also nicht jetzt sofort, aber dann so ein, also weiß ich nicht, ein paar Minuten mal so ein bisschen was gucken. Also hier ist keiner drin. Was kannst du noch irgendwo überhaupt drin drin? Hast du dafür eine Truhe? Ich weiß es jetzt gar nicht. Deswegen gucke ich gleich mal, ne? Ähm. Kann man ein bisschen schön was mitmachen. So, dann die ersten behalte ich immer im Inventar. Mhm. Kann ich... Der Saatgut? Kann ja doch einiges. Ja, deswegen. Das kann ich erstmal rüber tun. Weißt du was das ist? Gold und braun? Zuckerrohr. Das kann auch gar nicht, wer Zuckerrohr meint. Wir werden sehen, was wir... Ich nehme das gleich mit, das Saatgut, aber ich will erst leer machen. Also das Essen tue ich... Warte mal. Wir haben ja hier zwei, ne? Ach, hier waren nur Fische drin, ne? Da waren nur Fisch. Ne, wir haben keinen fertigen Fisch mehr. Die haben alles verkauft. Mhm. So. Wobei ich glaube, äh, meist zählt wohl nicht dazu. Ich glaube, es ist tatsächlich die Tomate, die da fehlt. Guck mal, da steht nämlich, dass das Questgegenstände sind. Ja, also das stimmt. Das stimmt. Und wir müssen Tomatensamen. Wo hatten wir... Tomate hatten wir am Strand. Also es ist Tomate, das bitte, ja, ja. So, jetzt haben wir hier... Das kann da rein. Stein. Mhm. Hier waren die Edelsteine drinnen. Und die Blümchen. Was zu schärben. So. Das ist noch ein Edelstein. So, also müssen wir jetzt nochmal gucken. Wegen einkaufen. Wegen einkaufen. Ja, das war unten am Strand, ne? Weil der hier... Guck mal, wie schnell das nachgespawnt ist. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Wir hatten den ja einmal erweitert den... Ja. Das kann auch sein, dass es hier der Laden war. Doch mal nachgucken. Ich weiß es jetzt nicht. Und was ich heute bis zum Ende der Aufnahmestation... Ich will einmal alle Blühen sammeln. Mhm. Ja. Nee, nicht verbessern. Wir wollen hier mal gucken. Wir sind... Hallöchen! Salat. Ey, dann war es unten am Strand. Was ist das? Mh, Bären. Aber warum? Ja, die brauchen wir nur, weiß Gott nicht. Sind ja da tonnenweise vorhanden. Ähm. Mussten wir jetzt hier oder hinten runter hin? Hier runter, ne? Es ist immer... Das kann ich mir tatsächlich nicht merken. Nee, hinten runter. Da ist schon wieder Mini. Och, Mini. Wie kriegen wir dich denn wieder? Ja, irgendwie wollen wir nicht wollen. Aber erstaunlich wenig Kisten. Vielleicht noch... Das ist nicht... Hallo, Schüff. Hallo, Schüff. Das ist... Das ist nur Tomate, nicht Samen. Hallöchen! Das ist schlecht. Das ist nur eine Tomate. Kein Samen. Pass auf, da werden wir Tomatensamen wahrscheinlich auch hier kriegen. Aber hier war die 200... 2000, ne? Hallo! Ach, kack doch an, ey. Freundlichen Dank. Ja, geh mir nicht um. Wir müssen Karottensamen pflanzen. Mit Karotten, Gemüsesuppe kochen ist zwar jetzt nicht das Beste, aber was willst du machen? Du kannst ja mal... Warte doch mal. Wir haben doch... Also, beziehungsweise wir können ja einmal angeln, obwohl du brauchst gar nicht angeln. Lass uns mal in der Küche ein Geräte um Fisch zubereiten, aber mit einem Kräuter. Aber, dass wir dann höher verkaufen können. Mit einem Oregano. Oder du kannst ja mal eins mit Oregano und eins oben und dann... Vielleicht machen wir mal ein paar anderen verkaufen, damit man weiterkommt. Oder was meinst du? Was ich mit Kopf schütteln? Kann ich das jetzt hier von Miki wegnehmen? Ja... Stimmt... Ich hoffe, dass du das noch verwahren wirst. Gemüse geerntet... Gemüse geerntet... noch irgendwo 33 karotten Warte, wir werden da gleich wieder neue Karotten pflanzen. Was hältst du denn davon? Ja. Warum fehlt da eigentlich ein Feld? Keine Ahnung. Triggert das nicht dein Monk-Auge? Was? Welches Auge? Das triggert ja sogar mein Sech. Das sieht doch viel besser aus. Ich bin beeindruckt von deiner Zufriedenheit. Das ist schön. Siehste, jetzt haben wir gleich mal hier ein bisschen. Ja, super. Guck mal, unsere Äpfel sind auch schon wieder nachgewachsen. Aber ich habe erstaunlich wenig Kisten. Ich hatte ein, zwei Kisten bis jetzt. Ja, ich glaube das nicht immer. Gestern waren da viel, viel mehr. Wäre vielleicht erst nicht immer gleich. So. Dass man hier kein automatisches Lagersystem hat, nervt mich so ein bisschen ab. Das könnte man sich echt mal gönnen hier so, ne? Ja, das stimmt. Wasch weh, du die. Welche Melodie? Halt diese Leid. Hält die dir nicht? Ich himmle schon. Boah, Panause. So, du willst jetzt Fisch machen. Ja, ich hätte gerne einmal einen Fisch. Wir haben ja Fische-Rezepte. Warte mal. Also ich würde gerne... Also wir haben Fischsuppe, gegrillten Fisch. Fischsuppe, was ist Fischsuppe? Fischsuppe ist mit Milch. Okay. Also ich würde... Weißt du, was wir auch machen können? Fischbrötchen. Weil Fischbrötchen hat zwei Sterne und wir brauchen nur einen Fisch und einmal Weizen. Das ist natürlich hier... Und dann lass uns mal gucken, was wir dafür bekommen. Also ein Fisch. Hiervon haben wir am meisten. Und Kabeljau. Ja. Ein Fisch. Und ein Weizen. Warte mal, wir machen die. Der hat auch da oben angezeigt, ne? Und ein Weizen. Wenn ich jetzt noch ein Ding, ein Dilda zu lege. Ja, oder... Mach erst mal eins ohne. Und dann machst du einen mit Oregano oder so. Das ist ein rechtgebackener Kabeljau ist das jetzt. Oh. Neues Rezept. So. Warte, warte. Was... Okay. Ich hätte gern gewusst, was das bringt. Ach so. Das kann ich dir sagen. Das lohnt.